Mediamarkt und Saturn. Fast jeder kennt die beiden Elektro-Riesen. Was aber nicht jeder weiß, die beiden gehören zur Circonomy AG. Unter diesem Dach ist Metro jetzt auch mit der Retail Media Group unterwegs und zwar im Online-Marketing. Da haben wir jetzt den Gründer und Geschäftsführer bei uns zu Gast, Richie Okwo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Richie, erzähl uns doch mal, wie kam denn der Schritt dazu, im Online-Marketing unterwegs sein zu wollen für die Metro AG? Für die Metro AG. Also es sah so aus, dass ich zuerst digitale Innovationen bei der Metro verantwortet habe. Die Metro-Gruppe waren ja erstmal Mediamarkt und Saturn. Real Metro Cash & Carry, bevor es zu der Aufspaltung kam. Das war sozusagen gruppenübergreifend. Und da gab es verschiedene Geschäftsfelder, die man bedienen musste. Einmal sozusagen intern zu schauen, was gibt es für neue Geschäftsmodelle. Extern zu schauen, was gibt es für spannende Start-ups. So wie hier zum Beispiel. Was gibt es für neue Technologien, die man sich anschauen kann. Und daran angelehnt ist das ganze Thema Investment. Und im ersten war halt ein Thema, wo wir gesagt haben, als Konzern, als Metro-Gruppe über alle Vertriebslinien hinweg haben wir super spannende Daten. Weil wir kennen das Kaufverhalten von Leuten. Und diese Informationen, was jemand beim Mediamarkt kauft, was jemand bei Real kauft, sind halt spannende Insights für Marken, um darauf basierend Kampagnen auszusteuern. Und das war dann der Schritt, wo man gesagt hat, okay, das könnte auch ein spannendes Geschäftsmodell sein, diese Insights zu nutzen, was Leute kaufen, daraus Zielgruppen zu schaffen, basierend auf diesen tatsächlichen Kaufverhalten und für Werbekunden innovative neue Werbeprodukte dann zu schaffen. Was sind das für Produkte? Wie kann man sich das vorstellen? Also normalerweise ist es halt so, dass man genau pro Werbekunde halt schaut, was ist eine spannende Zielgruppe, wen will dieser Werbekunde erreichen oder mit einem spezifischen Produkt erreichen. Und dann schauen wir gemeinsam mit den Werbekunden oder schlagen Zielgruppen vor, dass man sagt, okay, für dieses Produkt macht eine Zielgruppe Sinn, die folgendes Kaufverhalten hat. Und diese Informationen kriegen wir, wie gesagt, von den Händlern. Mittlerweile auch nicht nur Händler der ehemaligen Metro-Gruppe, sondern auch Thalia haben wir letzte Woche announced. Und dann hat man eine Zielgruppe definiert und dann muss man gucken, wie will man diese Zielgruppe ansprechen. Will man die mit einer Videobotschaft, Videokommunikation, mit Audio-Ads, Display-Advertising, Mobile-Advertising, das alles möglich. Was funktioniert da eurer Erfahrung nach am besten? Also gerade bei Bannern und Display-Werbung hat man ja schon irgendwie so das geschärfte Bild, dass die eh geblockt werden durch den Ad-Blocker und wenn nicht, dann zumindest keine Aufmerksamkeit. Ja, wichtig ist, glaube ich, dass man versucht, verschiedene Touchpoints eines Konsumenten oder dieser Zielgruppe zu erreichen. Dass man sagt, man hat auch am POS-Werbemöglichkeiten von klassischen Handsetten bis In-Store-TV, man hat Video-Werbung und dann halt auch als Teil von diesem Mix Display-Werbung, die halt dann auch noch gut funktioniert. Ich glaube, was schwierig ist, immer einen Channel oder einen Kanal sich nur anzuschauen, sondern man muss halt versuchen, diese Zielgruppe auf allen Touchpoints, wo diese Zielgruppe aktiv ist, zu erreichen. Gibt es bei euch trotzdem so eine Tendenz, dass ihr sagt, das Produkt funktioniert besonders gut? Ich meine, das ist ja generell, unterscheiden sich die Kampagnen, die wir tun, was das jetzt angeht, an den Werbeformaten, ja nicht von anderen Kampagnen, an den Werbeformaten, das ist ja das gleiche Werbeformat, ob jetzt Video oder Display. Was man halt sieht, ist natürlich, dass das Bewegtbild super gut funktioniert. Audio-Ads ist noch eine ganz neue Konstellation, aber auch die ganzen Formate im Social. Das sind halt spannende Themen, Native Advertising, ja. Das heißt, ihr verkauft ja sozusagen auch die Werbeflächen, zum Beispiel auf Saturn.de. Gibt es da Produkte, wo ihr sagt, das wäre für die Produkte zwar gut, die auf der Startseite zu platzieren, aber für den Shop vielleicht nicht, weil ihr die Produkte nicht so im Fokus haben wollt? Also das ist gar nicht so stark unser Fokus, die Flächen auf den eigenen Shops zu vermarkten, weil Saturn macht das schon, Thalia macht das schon, Metro macht das schon. Auf allen Shops sieht man ja, wenn du jetzt auf Metro.de gehst, dann ist der ja auch ein Werbewander. Sondern für uns wichtig, die Information übers Kaufverhalten von den Shops, von den Apps und Offline zusammenzuführen und dann Werbung eher auf Drittseiten auszuspielen, wo die Kunden nicht sind. Weil dann kannst du zu einem Werbekunden gehen und sagen, du konntest halt gestern irgendwie Werbung auf Readi ausspielen, das kannst du jetzt immer noch machen, jetzt vielleicht effizienter, aber du kannst diese gleichen Nutzer mit dem spezifischen Kaufverhalten auch auf bild.de, spiegel.de etc. ansprechen. Einfach wo sie sich sonst noch im Internet bewegen und mit allen möglichen Werbeformaten. Das ist eher sozusagen unser Fokus. Wie funktioniert das technisch? Also wie schafft ihr das, den nachzuverfolgen? Das sind jetzt diese Buzzwords, Programmatic Advertising, Realtime Advertising, das sind genau diese Technologien, die ermöglichen, dass man in Echtzeit halt den Nutzer sozusagen verfolgt oder wiedererkennen kann auf den verschiedenen Touchpoints, wo er ist und dann die Werbung ausspielt. Also ihr wisst sozusagen, Thomas 40 hat gerade bei Reale eingekauft und ist jetzt auf bild.de und wir kennen ihn aber schon und wissen deswegen, wie er drauf ist sozusagen. Thomas 40 wäre schwierig, aus Datenschutzperspektive. Es geht eher darum, eine Zielgruppe zu beschreiben, wie zum Beispiel Rotweintrinkende Gamer oder so. Dass man sagt, die haben einen Charakteristiker Rotwein und einen Charakteristiker Gamer, weil sie sich eine Playstation bei Mediamarkt gekauft haben und dann gibt es davon Hunderttausende oder eine Million Leute in Deutschland und die will man dann erreichen. Das heißt, wenn du jetzt auf eine Seite gehst, eine Werbemitte ist dann einfach relevanter. Das wird sozusagen ausgetauscht. Es wird nicht mehr Werbung erzeugt, sondern dann hast du vorher eine Werbung gesehen, die dich jetzt nicht betrifft und wir können halt dann Werbung ausspielen, die halt ein bisschen relevanter für Konsumenten ist. Bedeutet, dass auf der gleichen Fläche, je nach Besucher, andere Banner oder Bilder laufen sozusagen. Viel ist halt noch, dass es einfach so eingebucht wird, dann geht man zu den großen Vermarktern und sagt, ich will von Montag bis Freitag diesen Werbebanner da auf der Startseite haben. Und dann sehen halt alle Leute, die auf bild.de, spiegel.de, t-online gehen, sehen halt das gleiche Werbemittel. Und bei uns ist es halt so, wir sagen dann, auf den gleichen Flächen spielen wir unsere Werbung aus, wenn wir wissen, der gehört genau in diese Zielgruppe. Jetzt hast du eben gesagt, ihr integriert auch Offline-Daten, was bei euch natürlich ein Riesenpotenzial ist mit Media-Markt Saturn. Wie funktioniert das, dass ihr die noch in diese Daten reinkriegt? Ja, es gibt prinzipiell drei Möglichkeiten, wie man Offline-Daten integrieren kann. Du kannst es machen über Beacons, da gibt es ganz viele Startups, die was machen in Beacons, die sagen, ich kann den Footfall im Store tracken und diese Informationen dann auf Handy speichern. Und wenn ich jemanden wiedererkenne vom Handy in die Online- oder Desktop-Welt, gleich ist die gleiche Logik, nur an der Technologie ist WiFi, dass man sagt, wenn Leute sich einloggen mit dem WiFi, weiß ich, okay, dieses Handy und dieses Handy gehört zu diesem Desktop-Device, etc. Wir fokussieren uns natürlich logisch stark auf den dritten Teil, die Kundenkarten, die Leute einsetzen. Dass wir wissen, da haben jetzt zwei Millionen Leute in den letzten 90 Tagen irgendwie Joghurt gekauft oder bei Media-Markt irgendwie ein TV gekauft. Und diese Informationen, wenn man diese Leute dann online wiederfindet, weil sie irgendwie die gleiche Kundennummer haben oder die gleiche ID, etc., etc., die nutzen wir dann. Also das passiert alles beim Partner, weil der Partner, der Händler macht das ja sowieso. Der Händler will ja auch wissen, wen kenne ich offline und wen kenne ich online. Das heißt, die Händler matchen sowieso diese Informationen zusammen, um den Kunden besser zu verstehen und stellen uns das dann halt zur Verfügung in pseudonymer Form, sodass wir halt nicht wissen, das ist Thomas, sondern einfach wissen, das sind 100.000 Leute, die haben die gleichen Eigenschaften. Und die Händler kriegen das vergütet von euch oder wie funktioniert da die Kooperation? Es ist nicht so, dass die Händler uns Daten verkaufen. Das würde ein Händler nicht wollen. Die verstehen, dass die Daten sehr wertvoll sind und die wollen auch die Hoheit über die Daten behalten, sondern sie stellen uns die Daten technisch halt zur Verfügung, dass wir die Attribute nutzen können und die Kampagnen, also Zielgruppen modellieren können und die Kampagnen darauf ausspielen. Und die kriegen dann ein Revenue-Share, Profit-Share-Modell, wo sie daran dann beteiligt werden. Wenn ich jetzt einfach mal fünf Jahre vorspulen würde sozusagen, was erwartet mich da? Was wird da möglich sein an datengetriebenem Marketing? Ja, ich glaube in fünf Jahren werden wir sehen, dass sich der Markt so ein bisschen stärker konsolidiert, weil jetzt gibt es ganz viele Startups in der Werbetechnologie und diese Luma Landscape mit ihren ganz vielen Logos ist halt sehr, sehr fragmentiert und das ist für Werbekunden halt relativ schwer zu verstehen, was ist der Vorteil von dieser Technologie im Vergleich zu dieser Technologie und das wird sich, glaube ich, stärker konsolidieren. Das ist auch dann für den Endkonsumenten besser, weil es weniger Brüche gibt und die Werbung relevanter wird, weil die Werbekunden besser verstehen können, was oder wie ein Kunde oder ein Konsument sich bewegt und wie seine Customer Journey genau ist. Wenn er halt auf extrem vielen Touchpoints ist, dann ist es halt schwer, alle zu verstehen und wenn sich das ein bisschen konsolidiert, dann wird das halt einfacher. Das heißt, die Werbung wird da relevanter. Ich glaube, das ganze Thema Customer Journey Tracking über verschiedene Touchpoints, die halt für den Kunden wichtig sind, online und offline genau. Das wird halt viel stärker im Vordergrund sein. Auch integrierte Kampagnen, dass ich dann irgendwie auch In-Store-TV integrieren kann, automatisiert mit einer Display-Kampagne und dann eine Videokampagne. Das heißt, viel mehr integrierte Themen. Auch Programmatic Creative, also dass man sagt, dass man Werbemittel adaptiert, nicht nur im Look-and-Fielder-Marke, sondern auch auf die Zielgruppe spezifisch, dass halt ein Gamer ein anderes Werbemittel bekommt als ein Rotweintrinker, ein Schnäppchenjäger, ein anderes Werbemittel als ein Premium-Shopper etc. Das sind alles Sachen, die halt viel, viel stärker sich noch entwickeln werden. Könnt ihr denn irgendwie verraten, an was ihr jetzt gerade dran seid, so als Next Step, als nächstes Produkt? Werbemittel, meinst du jetzt? Also Werbeform? Also als Produkt generell entwickeln wir ja gerade verschiedene Kampagnen-Konzepte für Lieferanten, für Nicht-Lieferanten, also alle möglichen Werbekunden, die halt spannend sind und versuchen halt Kampagnen-Konzepte möglichst granular zu machen. Da sehen wir auch schon das Thema Insights und ich will lernen, wer kauft dann das, weil das können wir ja auch tracken, wenn wir eine Kampagne ausspielen und die führt auf real.de oder mediamarkt.de, das kann ja auch sein, dann können wir auch verstehen, wer hat denn das gekauft und was haben diese Käuferschichten gemeinsam. Das heißt, dieses Thema Insights, den Kunden verstehen für die Marke, ist halt ein Thema, was wir noch viel stärker forcieren und was jetzt Werbeformat angeht, ist ein Thema, was wir jetzt gerade angehen, extrem stark, Audio-Ads. Dass man sagt, Audio-Ads, wie kann man da Kampagnen konzipieren, was funktioniert da gut, was funktioniert da nicht gut und wie kann man das gut integrieren in den gesamten Kampagnen-Mix. Also Audio-Ads ohne Video, nur Ton sozusagen? Genau, zum Beispiel bei Spotify. Und für welche Unternehmen ist jetzt gerade im Moment quasi der perfekte Zeitpunkt, um mit euch zusammenzuarbeiten? Es gibt ja bei den Innovators viele professionelle Zuschauer auch, das ist quasi deine Chance, nur einen kurzen Satz. Unsere Value Proposition, unser Angebot ist halt spannend eigentlich für jede Art von Werbekunden. Man hat halt Lieferanten, die können Abverkaufskampagnen machen, die können besser ihre Zielgruppe, ihre Käuferschicht erreichen, dadurch, dass wir wissen, was für Kaufverhalten sie halt haben. Auch für Nicht-Lieferanten ist es halt spannend, um besser zu verstehen, wer die Käuferschicht ist von denen. Man kann ja viel ableiten aus dem Kaufverhalten eines Menschen, wenn man weiß, was bei ihm zu Hause rumsteht, dann ist es wirklich ein guter Indikator, um diese Person zu verstehen und in welcher Lebenslage diese Person gerade ist, in welcher Lebenssituation. Und das ist halt spannend für alle Werbekunden. Werbung, die auf Kundendaten aus dem Retail-Geschäft basiert, das macht die Retail Media Group. Bei uns war heute Geschäftsführer und Gründer Richie Okwu. Schön, dass du da warst, Richie. Wenn du da warst,billen. Bis dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, alles réfléch Sch projeto. Wir haben das mit der Tatsache kapitlquote. Vielen Dank.